O mei, o mei, o mei, die Leute sind heute wie dabei, schauen von 5 bis Mittag und stellen mir nix in Frage. Und wer auch nicht tut wie sie, dann gehen sie aus und weh. Hinter seinem Pugel rennt sie, nix schönes, solang sie zum Essen haben und auch genug Klopapier, solang sie warm ist in der Herd, so lang denken sie nie, sie wollen grad ihre Ruhe, ein wenig Netflix dazu und ein wenig Biathlon und Fußball kann nicht schon, die Wahrheit ist ja wurscht, Hauptsache sie haben keinen Durst und die bisserl Diktatur, die gehört halt heute zu. Der Obersticht anunter, so war es wohl schon immer und wenn's die Graubste ging, dann wird's am Ende noch schlimmer und die Tücken sind schon geweht. Courage haben ist jetzt blöd, die tut nie nix tragen, da kannst du an jeden fragen, wo's zuerst ein Pfarrer war, ist heute ein Fernseher, war unser Tagesschau, die weiß alles ganz genau, und Will und Maischberger, der Söder und der Lauterbach, die bleiben da im Sphär, bist nimmer, denkst du noch, haben sie ihre Seife gekauft, wer trug dir das Kragel zu, gerade nur eins wegen mehr Geld, sie haben doch eh schon genug, gehören sie zu der Mafia, oder zu der Atlantikbrück, oder wie ein Dicker ohnehalsend, ich will wohl noch verrückt. Oh mei, 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 du liebe Zeit. Und wer auch nicht tut wie sie, dem gehen sie aus dem Weh, hinter seinem Bugel rinnt's, nix scheint's. Und wer auch nicht tut wie sie, oder wie sie da bist! Du bist ein Laub